Jetzt ist er auf und guter Steilpass. Jetzt kommt die Ecke. Schießt er ihn rein. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ist es das jetzt? Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Gibt es jetzt die Gelegenheit? Da kann er ihn stoppen. Schussversuch. Und das Tor zählt nicht. Nein, der Assistent hatte die Fahne gerufen. Jetzt vielleicht. Alles wieder ausgeblieben. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie Sie reagieren. Hat ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Absolut verdienter Treffer, oder Burschi? Ja, definitiv. Sie tun einfach mehr fürs Spiel, erarbeiten sich die Chance. Und dann muss ja irgendwann das Tor fallen. Schöne Aktion. Und jetzt die Schuss. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Die Vorwärtsschuss. Jetzt ist er durch. Jetzt kommt der Schuss. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Klasse Pass. Gute Aktion. Jetzt vielleicht. Und das ist natürlich weit am Tor vorbei. Ey, das ist harmlos. Können wir nicht anders sagen. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Gute Flanke. Und sie kämpfen sich tatsächlich zurück in dieses Spiel. Noch ein Tor. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. Der neue Spielstand lautet hier also 3 zu 2.